Zwillinge, Blei! Die müssen wir umbringen. Ja, machen wir auch. Die sind fällig. Das sind Birnen, Birnen-Zwillinge. Geil, da geht es wieder dahin. Geil, geil. Die sind fällig. Geil, gott! Die sind fällig. Ja, die wirkliche. Die sind fällig. Die haben sich, ich mich noch probiert, Die sind fällig. Es kommt zu dir. Super Ritchie, komm zu dir gefliegt. Die ballern sich da unten am See schon wieder. Hey, hier kommt noch was an der Leine, an der Birnenleine. Hat sich verabschiedet. Zurück auf los, die Birne. Ich gucke nochmal hier einen Berg hoch. Unten am See ist schon wieder Blei, da ist schon wieder Action. Ich gucke mal runter, ja. Die Stadt auch. Echt? Ja. Aber am See halt auch. Oh, die Zone kommt auch. Innen habe ich nie durchstreckt. Hast du? Den habe ich, ja. Da rutsche ich runter hier und zack. Das war auch noch Schuss. Das war auch noch Beschuss. Ja, ja. Hier ist noch egal. Wir müssen schon weiter. In der Stadt wird wieder gefahren, aber ich bleib diesmal bei dir und überleg. Ja, ja. Und die fahren hier runter. Ja, ja. Kennen Sie, die wissen von uns ja nicht. Einen habe ich im Auto erschossen. Hast du den anderen? Noch nicht. Hat Hits? Keine Chance, das willst du auch. Warte. Okay, ist weg. Geil. Haben wir ein klar Schiff gemacht hier. Oh, wir müssen uns beeilen bleiben. Oh, jetzt sind wieder Geschenke. Geil. Boah, wie viele. Oh, ganz dingvoll. Oh, wir müssen zum Auto. Komm mal. Jetzt ist noch weihnachtlich. So ein Haken ist schon irgendwas geiles. Das kann ich dir sagen. Ein Haken. Ach, guck doch. Hallo. Ja, ich weiß es. Ein Haken wäre schneller. Na ja, siehste, wegen dir kriegen wir jetzt hier wieder eins aufs Licht. Wir haben schon wieder sieben Birnen eingekocht. Oh, schon wieder kein Sprit mehr, Alter. Diese Karre, du fährst zwei Meter aus dem Dorf raus, Alter. Schon wieder kein Sprit. Ja, dann lass uns hier raus. Komm raus. Die Karre rutscht runter. Waren schon Schüsse wieder zu hören. Mal gucken, ob es Birnen aus der Zone in die Zone treibt. Der Sturm treibt gern mal ein paar Birnen vor sich her. Ja. Da besorgen wir sein Fahrzeug. Ja. Was ist denn das? Siehst du das auf der Map? Da ist irgendein Vieh. Sieht aus wie eine Biene, eine Brille. Ach ja, ja. Was ist denn das? Weiss nicht. Ach, das ist die Tussi, oder? Die Boss-Tussi von gestern. Hm. Da wollen wir nicht hin, oder? Nee. Ich will eigentlich bloß ein Auto suchen. Was, Kollege? Huh. Zug kommt. Oi. Muss da ja irgendwo mal ein Auto rumstehen? Irgendwie. Nicht. Ei. Muss es Autos geben? Kann doch nicht sein. Einfach nichts. Ist schon geklaut? Ah, hier ist einer. Ist noch gar nicht. Hier im Autohaus. Ja. Kann man das Ding öffnen? Kann man doch mal machen schnell. Mhm. Gucken. Gucken wir mal so lange hier oben. Nicht, dass ich Gesocks näher. Hm. Hier sind Schüsse zu hören. Ah ja, der Gelb ist nämlich auch hier oben. Oh, hier hinten an der Brücke wird gekämpft. Ich habe einen erschossen. Also niedergestreckt. Geil. Langsam komme ich auch mit dem Scope zurecht hier. Mhm. Kill mir ihn doch. Da kriegt der nicht kleingeschossen aus. Ah, jetzt versteckt er sich wieder hinterm Stein. Mein Kill, Junge. Macht ihn endlich klar. Ah, jetzt ist er. Jetzt ist er. Oh, wir müssen weiter play. Komm ins Auto. Ja. Oh, das scheiß Ding geht gleich hoch. Ja. Komm, was schmeißt es raus? Ah ja. Auf geht's. Hast du alles, was du brauchst? Ja. Oh, da ist ein schöner Berg, der noch in der Zone ist. Ah, da ist auch noch unten. Wir sind oben. Mhm. Da bauen wir das Auto hier so schön hin, dass wir uns dahinter verstecken können. Mhm. So, jetzt hier. Und dann können wir zur Not auch ins Auto wieder reinspringen. Ja, drüben wurde er noch geschossen. Na ja, hier an der Brücke hin. Oben auf der Brücke ist der. Wo hin? Oh ja, hier rein ist gut. Ich gucke mal schnell. Bleib mal dort. Das kenne ich. Ich weiß, wie es ausgeht. Ey, diesmal habe ich High-Count. Ich schieße von oben runter. Oder zur Not habe ich hier noch ein Moped. Nein. Oh, ich bin runtergefallen. Einen habe ich eliminiert und einen habe ich, ja, einen finalen Schuss verpasst. Ich komme wieder zurück mit dem Moped. Mhm. Warte mal schnell mal hier gucken, ob ich hier Heilung finde. Auch noch ein bisschen Medizin. Ah, hier stehen wir schon besser. Wunderbar. Slurpy, Junge, mein Retter in der Not. Mhm. Oh, ich komme. Kannst du schon mal mit dem Auto vorfahren, Fly? Oder soll ich dich mit dem Moped abholen? Ja, mit dem Moped abholen. Noch ist alles ruhig hier. Nicht so nachts. Ja. Na ja. Na ja, wir nehmen das Moped. Wo müssen wir noch hin? Ich dachte, das ist so gelb als Spinner. Oh ja, Sniper ist auf uns. Jetzt schießen sie auf uns die gelben. Kannst du mal auf der Karte eine gute Position suchen? Eine gute Position. Möglichst oben. Ich glaube, ich habe da drüben High Ground. Ja, hier, okay. Ja, hier, okay. Oh, erst. Ja, hier haben wir sogar Felsen. Ja, super schön. Und dann runter. Die Arschlöcher haben hier auf uns gesniped. Jetzt kriegen sie aufs Maul. Die sind hier drüben. Direkt gegenüber. Ich sehe sie gar nicht. Gott. Der hat einen aufs Fell gekriegt. Ah ja. Ihr habt gleich gezogen am Arsch. Ihr Affen. Oh. Oh, von der Tankstelle unten haben wir auch geschossen. Wo? Ach, hier unten. Oh, mich hat der Scheiße. Oder? Mann. Schnell. Ich komme. Komm, 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 komm. Wer hat es hinter sich? Nein. Ja. Ach, das sind die Zwillinge. Nein. Ich wollte sie wegwischen. Ach, Mann. Die Zwillinge. Die Arschlöcher. Oh, nein. Die wollten wir doch haben. Ach, Mann. Elf Kills. Eine Wiederbeleberung. Ärmerlich. Shit. Die Zwillinge. Die Zwillinge. Ungefächt kreakan mit Jundern Garland. Waar STRW menos im